Okay, dann starten wir mal. Ich möchte jetzt diesen Roland TR-8 Synthesizer nur als MIDI-Controller nutzen, um damit spezielle Funktionen oder wesentliche Funktionen der Analog Rhythm zugänglich zu machen. Das heißt, ich nutze den hier nur als MIDI-Controller und bevor ich jetzt mich ans Mapping ran mache, macht es meiner Meinung nach Sinn, sich erstmal diesen Controller anzuschauen und zu gucken, was hat der eigentlich an Bedienelementen und wie könnte ich das sinnvoll mit der Analog Rhythm mappen. Der Vorteil bei der Roland TR-8 liegt darin, dass das Layout sehr ähnlich dem der Analog Rhythm ist. Wir haben hier elf Instrumente, Bassdrum, Snaredrum, Low-Tomb, Mid-Tomb, High-Tomb, Rim-Shot, Hand-Clap, Close-Tide, Open-Hide, Crash-Symbol und Ride-Symbol. Wir haben diese elf Instrumente auch bei der Analog Rhythm plus eine Bass-Tom. Das wäre quasi der zwölfte Feder, den wir hier bräuchten. Ist aber kein Problem. Ich habe mich einfach dafür entschieden, dass ich die Close-Tide zusammen mit der Open-Hide auf einen Kanal lege und den neuen freien Open-Hide-Kanal nehme ich dann für die Bass-Tom. Okay, wir haben hier für jedes Instrument spezifische Parameter, zum Beispiel eine Decay-Zeit. Für jedes Instrument haben wir eine Decay-Zeit. Das haben wir auch bei den Analog Rhythm-Instrumenten. Gleiches gilt für diesen Tune-Regler, den wir auch bei den Analog Rhythm-Instrumenten haben. Oben Reverb und Delay. Auch diese beiden Effekte haben wir bei der Analog Rhythm. Und dann gibt es noch so andere Parameter, die ich ein bisschen anders nutze. External-In und Accent. Das kommt später noch. Auf jeden Fall vom Layout passt das optisch schon irgendwie ganz gut zur Analog Rhythm. Diesen Step-Sequencer, den nutze ich nicht von der TR8. Ich nutze den von der Analog Rhythm, weil der flexibler ist. Ich nutze allerdings diese einzelnen Tasten. Was ich damit mache, das erkläre ich später noch. Das gibt ganz spezielle Funktionen, die man damit ausführen kann. Okay, optisch haben wir uns jetzt, glaube ich, so ein bisschen orientiert, wie wir das Ganze im Layout auf die Analog Rhythm-Mappen. Und jetzt muss man sich eigentlich nur fragen, welche MIDI-Informationen diese einzelnen Bedienelemente jetzt nach draußen schicken. Und um das herauszufinden, nutze ich einen MIDI-Monitor, eine Standalone-Software. Okay, ich cleare das mal. Wenn ich jetzt hier ein Bedienelement bewege, dann sieht man schon, dass der MIDI-Monitor mir hier ein paar Sachen ausgibt. Beispielsweise hier Source from TR8, Message Control, Channel 10, also MIDI-Kanal 10, Data Controller 63. Das heißt einfach nur, dass der hier jetzt MIDI-CC, Continuous Controller, Daten nach draußen schickt. Der Controller heißt Nummer 63. Und der sendet einen Wertebereich von 0 bis 127. Und eigentlich ist es das, was wir auch von diesem MIDI-Controller benötigen. Wertebereiche von 0 bis 127 und Continuous Controller-Daten. Wenn ich jetzt mal so wild rumregel, bis auf dieser General Purpose, sieht das eigentlich ganz gut aus. Dieser General Purpose ist aber auch eigentlich, den können wir genauso nutzen wie so ein CC-Wert, wie so ein Continuous Controller. Denn der Wertebereich liegt auch wieder von 0 bis 127. Dann gibt es hier so ein paar Spezialitäten. Der Volume-Regler, der macht nämlich gar nichts. Dieser Scatter-Regler, der macht auch nichts. Dieser Tempo-Regler, der macht genauso wenig. Shuffle-Regler macht, der macht was. Okay, alles klar. Der sendet Werte von 0 bis 50 bis 100. Okay, den könnte man als einen Pitch-Spender nutzen. Sozusagen in der Mittenstellung ist alles okay. Dann könnte man ihn nach links drehen, um die Tonhöhe zu verringern und so weiter. Der Fein-Regler, der macht auch nichts. Die Taster, die senden Notenwerte. Das heißt, eigentlich diese ganzen Regler schicken alle genau die Continuous Controller-Daten, die wir brauchen. Der nix, der nix, der nix und der nix. Das heißt, auf vier Regler müssen wir verzichten. Die Taster können wir ebenfalls nutzen. Die senden Noten. Damit können wir in Ableton Live eine Menge anstellen. Okay, und diese ganzen Regler-Taster brauchen wir nicht. Okay, der MIDI-Monitor gibt sozusagen grünes Licht für diesen Controller. Und jetzt können wir uns dann das Mapping machen. Okay, wenn wir jetzt einen MIDI-Controller in Ableton Live benutzen möchten, müssen wir sicherstellen, dass in den MIDI-Einstellungen unter Input der jeweilige MIDI-Controller, dass dort die Fernsteuerung aktiv ist. Wenn ich die jetzt mal deaktiviere und ich möchte hier so einen Regler mappen, dann passiert folgendes, nämlich nichts. Wenn ich das jetzt allerdings aktiviere, die Fernsteuerung, dann passiert das, was wir erwarten. Das MIDI-Mapping funktioniert. Unten dieser kleine Hinweis, er gibt mir absolute Reglerwerte. Das heißt, er nutzt auch diesen Wertebereich von 0 bis 127 komplett und absolut. Und genau das ist das, was wir brauchen. Würde der mir jetzt so Werte wie Plus 1 oder Minus 1 ausgeben, das könnte ich für unser Mapping jetzt eigentlich gar nicht benutzen. Okay, das heißt, das funktioniert. Das Mapping hat geklappt. Lösche ich das Ganze mal wieder. Okay, jetzt mache ich mich mal an das erste Mapping bezüglich der Analog-Rhythm-Parameter. Und hierfür brauche ich natürlich das Overbridge-Plug in Analog-Rhythm, dieses schöne Layout hier. Und ich werde jetzt mal schauen, wie ich diese Parameter hier mit der TR8 koppel. Und dazu muss ich Folgendes machen. Ich muss hier dieses Dreieck betätigen, dann auf Konfigur. Und erst jetzt kann ich mir Regler freischalten. Das sieht man, wenn ich jetzt hier mal so ein paar Regler bewege, zum Beispiel Level, dann wird der mir hier direkt dargestellt. Okay, ich mappe jetzt auch mal die Lautstärken-Fader von den einzelnen Analog-Rhythm-Instrumenten. Hierfür habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich könnte für diese Synth-Engine die Lautstärke nutzen. Ich könnte für die Sample-Engine die Lautstärke nutzen. Oder ich könnte den Amplifier nutzen. Was ich besser finde meiner Meinung nach, wenn ich hier diesen zentralen Level-Mixer nutze. Das heißt, ich mache mir jetzt alle Parameter zugänglich, indem ich sie mal kurz bewege. Das mache ich jetzt eine Million Mal. So, fünf Millionen, sechs Millionen, sieben Millionen und so weiter vom Prinzip. Dann schaue ich mal, er hat sie mir jetzt hier zugänglich gemacht. Und diese Parameter, die kann ich jetzt auch mappen. So, dann gehe ich jetzt mal hier in meinen MIDI-Modus. Track 1 war ja die Bass-Drum. Mappe ich mal. Track 2 war die Snare-Drum. Track 3, das weiß ich nicht mehr. Track 3 war hier oben die Rim-Shot. Die Rim-Shot ist ja beim TE8-Layout hier. Das heißt, ich muss mich ein bisschen konzentrieren beim Mapping. Track 4 war, wenn ich mich recht erinnere, die Low-Tomb. Ne, die Clap. Da fängt es schon an. So, Hand-Clap. Track 5 ist jetzt aber die Low-Tomb. Also hier, hier und hier. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt unsere Lautstärke-Fader schön zugänglich von der TR8. Okay, wir könnten jetzt noch eine weitere Sache mappen, zum Beispiel, oder anders gefragt. Ich regele hier jetzt den kompletten Ausschlag von der Lautstärke. Wenn ich jetzt aber will, dass ich jetzt zum Beispiel nur 80% von der Lautstärke moduliere, weil mir die Bass-Drum sonst meinetwegen um die Ohren fliegt, dann könnte ich hier eine Skalierung einbauen. Und die Skalierung, die kann man in diesem MIDI-Modus einstellen, indem ich hier mal aufzeige, was es so gibt. Ich kann jetzt für jeden Parameter eine Skalierung und eine Polarisierung einstellen. Für die Bass-Drum sage ich jetzt meinetwegen, regle das Ganze doch mal nur bis 80%. Hier sieht man übrigens auch nochmal das, was der MIDI-Monitor angezeigt hat. MIDI-Kanal 10, darauf sendet er. Das ist der Continuous Controller CC Nummer 24. Der fährt, ja, das betrifft halt die Analog-Rhythm oder das Plug-in-Analog-Rhythm. Und Name des automatisierten, oder des ferngestauten Parameters ist hier Track 1 Level, also der hier. Und hier kann ich halt eine Skalierung eingeben. Und mit dieser Skalierung kann man sich dieses Mapping im Prinzip individualisieren. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass gewisse Parameter mit einer Intensität von 20% starten und nicht von 0%. Gleichzeitig kann ich das Ganze hier auch polarisieren. Das heißt, ich könnte jetzt hier einen umgekehrten Wertebereich anordnen. Wenn der Fader auf 0 ist, dann ist die Lautstärke auf volle Kanne und umgekehrt. Also ich zeige euch später noch, was man damit machen kann. Das ist nämlich gut, wenn man das im Hinterkopf behält. Okay, nach diesem Schema könnte ich mir jetzt hier alle Parameter freischaufeln. Ich müsste quasi jeden Parameter, den ich will, eben anfassen, damit er hier liegt. Dann muss ich ihn in den MIDI-Modus auf meinen Hardware-Controller mappen. Dass das lange dauert, das könnt ihr euch sicherlich denken. Ich habe das Ganze aber schon vorbereitet, denn im nächsten Video öffne ich ein Projekt. Und das Projekt bezieht sich auf das Intro-Video. Das heißt, da öffne ich mein ganzes Analog Rhythm-Projekt mit diesen ganzen Mapping-Sachen. Und dann gehe ich das mal Schritt für Schritt mit euch durch. Okay, dranbleiben.